Hey Leute, was geht? Für uns ein Herzen und Willkommen zu weiteren bei First Guy auf meinem Channel. Heute zum Team of the Year, dementsprechend auch mit einer Special-Regel und mit respektlos hohen Price-Ranges, der Gegner aus Wax. Peace Freunde, ich bin auch dabei. Wir haben euch ja das letzte Mal gesagt, wenn ihr eskaliert, gehen wir das nächste Mal wieder hoch. Und das machen wir heute. Jeder Spieler wird mindestens 150.000 Coins wert sein. Und ihr wisst, was da für Karten auf den Markt kommen. Ja, ihr seht schon die leeren Teams. Jeder hat sich eine Formation ausgewählt. Letztes Mal haben wir ein bisschen reingekackt mit den Formationen, müssen wir zugeben, da kamen echt nur wakele Spieler. Jetzt haben wir die Besten der besten Formationen, wo eigentlich nur geile Spieler kommen. Auf jeder Position wird für mindestens 150.000 gesucht. Und der Käpt'n, der Joker ist heute so, dass man aus seinem Verein eine beliebige Toti oder Toti-Icon-Karte reintun kann. Das heißt, da könnt ihr euch auch schon auf übertrieben geile Spieler freuen. Das kann man irgendwann im Laufe des Videos auf einer beliebigen Position, wie gesagt, mit einem beliebigen Spieler machen. Also eskaliert jetzt mit den Likes. 7.000 Likes. Es gibt nächste Woche eine Episode, wo wir mit den Price-Ranges noch höher gehen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr mehr feiert, wenn der Käpt'n nach Coins gesucht wird. Oder wenn man den zu passenden Events oder einfach mit freshen Karten aus dem Verein auffüllen kann. So, bist du ready, Wakes? Ich bin sowas von ready und ich gehe auf meine erste Position. Und das ist die Position hier. Nice. Dann, ich nehme die Position, die enttäuscht manchmal, aber heute hoffentlich nicht. Ich will die direkt weg haben. Zack. Oh, das kann mächtig werden. Das fängt doch schon gut an, wenn das mächtig werden kann. Dann gebe ich dir auch als erstes den Spieler, damit du direkt weißt, ob es mächtig wird oder nicht. Wir fangen heute mal an mit Numero. Ich wollte gerade auf Spanisch 9 sagen. Ich habe vergessen, was 9 auf Spanisch heißt. Deswegen sage ich einfach 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Was habe ich denn noch? 9. Hey, ein Mann kann Spanisch. Und er spielt so gerne in der spanischen Liga. Und ich habe mir im Verein, weil ich schon sehr viele Matches mit ihm gemacht habe. Ich muss sagen, die Seite war gar nicht geil. Also das ist wirklich immer eine Position, die mich ein bisschen schockt. Aber mit dem Spieler bin ich eigentlich zufrieden. Und gleich gehe ich auch auf die Position, die immer reinhaut. So, du kriegst deinen Spieler, du kriegst die. Du hast mir extra, glaube ich, nicht die 7 gegeben, damit ich dir die 7 gebe. Oder eigentlich 7 immer so dein Ding. Dann gebe ich dir die 5. Nee, die 7 war nicht mein Ding. Auf der 7 war hier einer, der ist eigentlich nicht schlecht. Auf jeden Fall wäre er besser gewesen als die 5. Vom Rating her nicht, aber ich glaube vom Spielerischen her schon. Ich glaube, den 5. habe ich sogar schon im Verein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, habe ich doch nicht mehr. Muss ich mir kaufen. Ich sage so, bevor ich meinen Joker, meine Toti oder Toti-Icon-Karte reintue, will ich schon eigentlich was von diesen Karten haben auf irgendeiner Position. Vielleicht kommt es jetzt auf der nächsten. Ja, ich suche auch schon direkt eine richtig crazy Position. Und bin gespannt, was ich jetzt bekommen werde. Bam, bam, bam. Ich bin auf dem Transfermarkt. Ja, keiner will sich in die Karten schauen lassen. Ihr habt vielleicht die Folge bei Wakes gestern gesehen. Da hat er sich einmal zu sehr gefreut über seine Seite. Wird direkt auf eine andere geschickt. Deswegen heute kann man sein, äh, jetzt in dem Video auf seine Reaktion, den kann man nicht vertrauen. Er weiß heute, er muss ein bisschen schauspielerisches Talent reinlegen. Vielleicht hat er gerade eine krasse Seite. Sagt einfach, ja. Aber kannst gerne drauf bleiben. Ich gebe dir die 3. Oh, oh, ja doch, 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 doch. Du bist sehr cool drauf, Danny. Sehr cool drauf. Chemie-technisch wird das heute was für mich, glaube ich. Das ist sehr nice. Danke. Ähm, den muss ich mir aber gleich zulegen. Mache ich schon mal währenddessen. Und ich überlege gerade, welche Zeit. Du kriegst, ich glaube, dann kriegst du jetzt die 7. Du hast eben so über die 7 gesprochen, dann kriegst du jetzt die 7. Du gibst ja den nächsten Spieler, ich hatte 2 Seiten, wo ich jeweils nur 1 Spieler im Verein hatte. Du hast mir beide Male die Spieler gegeben. Treue Zuschauer von mir kennen beide, weil die im Steel- und No-Steel-Team seit Monaten drin sind. Das heißt, ich bin sehr eingespielt mit denen, äh, ja. Aber seit Monaten heißt auch, dass das keine frischen Karten sind, dass die vielleicht noch so ein geringes Rating haben. Weil jetzt momentan haben wir ja Totti. Da sind die krassen Karten gut. Also geringes Rating nicht, aber stimmt schon. Das ist natürlich nicht für den allerneuesten Events. Was hätt ich denn gerne auf der nächsten Position? Oder ich mach ohne Schämen, warte mal. Ohne Schämen, damit die Leute was Neues sehen. Ohne Schämen. Ich mach meinen Joker rein. Zack. So. Wie? Nicht lange gefackelt. Mein dritter Spieler ist mein Joker. Mein Joker steht in der Mannschaft. Wirst gleich sehen, wer das ist. Da wirst du große Augen machen. Ey, such deinen dritten Spieler einfach. Wie? Er macht einfach random direkt zum Joker rein. Ja, das ging mir hier so. Ich wollte schon früh meine Totti-Totti-Icons und so haben. Du hast mir einfach Spiele gegeben, die ich seit Jahren im Verein habe gefühlt. Nee, so nicht. Wir haben hier was Neues am Start, was ich noch nicht einmal auf meinem Kanal dieses Jahr benutzt habe. Ich bin auf dem Transfer. Aber gib mir mal eine Zahl. Du hast ja schon deinen Spieler mitgenommen. Yes. Machen wir die 10 einfach. Ja. Ich hab gehört, der soll gut sein. Hab ich gehört. Hat man mir zugezwitschert. Okay. Ey, Freunde. Guckt euch mein Team an. Wiederholt sich so ein bisschen alles hier gerade. Wiederholt sich alles so ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es ja auf der Position weitergeht. Ich geh auf den Markt. Hä, wie wiederholt sich im Vergleich zum letzten Mal? Oder jetzt? Ja, die Zuschauer checken schon. Dich geht das nichts an. Aha, aha, okay. Ich bin auf der nächsten Position. Hier sind mal wieder Leute dabei, die theoretisch auch eine Team-of-the-Year-Version haben. Ich muss aber sagen, von ihm hab ich die Totti-Version noch nicht im Verein. Leider, da wurde noch nicht geshoppt. Das wird jetzt dieses Wochenende getan. Jetzt kann ich auch ein, zwei upgraden, aber leider noch nicht alle. Ich muss dieses Wochenende erst mal Packlack auspacken, damit ich mir noch mehr Tottis zulegen kann. Weil gerade sieht es ein bisschen schwach bei mir aus auf dem Konto. Aber ich sehe auf jeden Fall coole Spieler in meinen Packs am Wochenende. Boah, ich glaube, ich ziehe da richtig Kranke. Deswegen, da werde ich wieder Coins haben. Ähm, nimm du mal Spieler Número 7. Kannst du Spanisch? Nee, das ist 3? Nee. Un, dos, tres. Tres ist 3. Schade, man kann es ja probieren. Siete, sieben. Jürgen, Mann. Jürgen, ist das ehrlich so viel wert? Ey, diese Karte habe ich ehrlich. Die sieht man nie. Ich weiß nicht. Falls mich verarscht, das ist wirklich sieben. Jürgen, da darfst du sie das einfach super. Sie hätte sieben. Du bin auch, Jürgen, wenn du nicht glaubst. Nee, da ist doch egal. Wenn du sieben sagst, dann ist es die sieben. Ähm. Tiooo. Wieso gibst du die so selten? Safed Davies jetzt. Wenn das Video vorbei ist, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, sage ich dir, der ist 200k weniger wert. Den gibst du ja nur so dreimal auf dem Markt. Ich muss jetzt einen davon nehmen. Und dieser Preis macht einfach, Also das Karte spielt kein Mensch und so, was soll ich euch erzählen, ey. Okay, komm, dir geben wir... Ja, komm, 10 ist immer geil. Ah, Bro, hier war zweimal die Bräune-Torti auf der Seite. Das wäre so krank gekommen, aber natürlich kriegt man den nicht. Und sonst war hier irgendwie siebenmal die gleiche Icon. Joa, joa, geht klar, geht klar. Okay, okay, okay. Freunde, damit es hier ein bisschen bläulicher wird, füge ich jetzt auch meinen Joker ein. Und ich glaube, ich verwende ihn hier vorne. Ich verwende ihn hier, glaube ich. Zack, bam, da ist er drin. Und das sieht doch top aus, oder nicht? Ich zeige euch nochmal ganz kurz was. Joa, schön. Okay, okay. Das heißt, du hast die Position jetzt gefüllt. Ich bin dran. Vielleicht kriege ich auch was Blaues. Sehr geil, ey. Und, ist was Blaues dabei? Ja, blau, ja. Aber Team of the Group Stage blau oder Totti blau? Ja, es gibt noch mehr Blaues hier. UCL Blaues gibt es auch noch, stimmt, du hast recht. Joa, komm, pack mal die zwei ein. Die hatte ich heute noch gar nicht. Ah, hier waren fünf Tottis, zwei Totti-Icons. Aber man darf es natürlich nicht in die Karten gucken lassen. Ähm, korrekt, Bruder. Ich habe auch was davon bekommen. Was laberst du? Was hast du gesucht, dass da fünf Tottis und zwei Totti-Icons kommen? Aber, also, ich weiß nicht. Wirst du auch noch auf die Formation kommen? Ich nehme nächstes Mal auch die Formation, die du hast. Die ist scheinbar gut. Ah, die Position hast du auch. Die Position hat jedes Team. Wie kommt da bei dir so eine krasse Seite? Ähm, ich weiß auch nicht. Aber die Karte, boah, stimmt, mit der habe ich sogar die Weekend League gezockt. Nee, oder? Die war so geil. Nee, oder? Gar kein Bock. Richtig geil. Gar kein Bock auf sowas. Nice. Okay, nächste Position. Da bin ich auch mit zufrieden. Hm, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich gehe mal hier hin. Ich gehe jetzt hier hin. Kann auch. Ist auch immer eigentlich cool. Ja, 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 ja. Ja. Kurz knackig. Ja, kurz knackig. Ich komme, fang du an. Vier? Ich wollte ja auch die vier geben. Komm auch vier dann. Ja, auch vier. Korrekt ist korrekt, oder was? Korrekt ist korrekt. Korrekt ist korrekt. Ja, packen wir mal ein. Das ist schwierig, weil Stilo Nussil hat. Du brauchst ganz das Stilo Nussil-Team hier heute. Bro, du hast ein cool eingespieltes Team. Das nervt langsam. Kannst du nicht mal irgendwelche Karten bekommen, die du gar nicht kennst, wo du gar nicht weiß, wie die zocken, was für Spielstile dir haben oder sonst was? Bei jedem davon weiß ich alles inzwischen. 100 hat The Games gemacht. Ich kann dir aber sagen, du hast mir gerade einen Perfect Link gegeben und das tat sehr gut für die Chemie. Ah, okay. Das ist Quatsch. Jetzt wird Zeit, hier zu gucken, was da heute geht. Was ist hier? Gib mal einen Tipp. Wichtige Position auf jeden Fall. Ja gut, rechte Flügel. Du hast die Position nicht mal. Kannst du nicht aussuchen. Rechte Flügel, gute, wichtige Position, offensive Position. Also hier bei dir so? Ja. Du wärst nicht mehr durchgekommen. Ich sag's dir, wie es ist. Du wärst nicht mehr durchgekommen, aber natürlich krieg ich ihn nicht. Naja. Viera? Ja, es war Viera. Du hast es erraten. Da muss ich auch Ja sagen. Krass. Du bist auch auf deiner Seite. Die sieht auch schön aus. Warte, ja. Eines hast du mir gerade aufgefallen, die sehr geil wäre. Okay. Die gebe ich dir mit Liebe. Zeig mal die Zahl in die Kamera. Dann kriegst du sie auch von mir. Nachher sagen dann Leute, dass die Zahl siehst. Die Chance ist einzig. Die 6. Blind oder was? 6 war ehrlich gesagt der größte Skandal auf der Seite. Also ich muss sagen. Hab die Zahl gesehen, Freunde. Hab die Zahl gesehen. Welche Zahl war es? Sag mal, war ich weit weg? 8. Also war ich nicht so. So, ja, Bruder, der ist 70k wert. Perfekt, Digga. Auf meinem Flügel weiß ich eigentlich nicht, was da abgeht. Der eine kostet nichts und der andere kostet was, obwohl der eigentlich nichts kosten sollte. Äh? Macht gar keinen Sinn, oder was? Ehrlich, Digga. Also ich hab mit anderen Spielern gerechnet. Aber dafür, allein wegen Joker, alleine weil ich hier Glück hatte und ein paar andere geil sind, ist sowieso das Team Fresh. Und nach oben hin ist ja auch alles noch möglich. Deswegen... Uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, und du gehst direkt auf Seite 3. Die ist, uh, kannst du dir sparen. Ja, Seite 3 ist sogar besser. Uh, uh, schlechter nicht, schlechter nicht. Seite 3. Und was sagt mir? Mein Kopf sagt mir, auf der 5 sitzt was richtig Schlechtes. Nimmst du die 5? Ja. Ah, die hab ich auch im Verein als Downgrade. Ja, let's go. Pack ein, lass Downgrade. Würde ich fühlen. Nehmen wir doch mit. Immer gerne. Nee, wird natürlich gekauft, geholt, alles drum und dran. Ja, geh nur auf Seite 3, nimm die 3. Digga. Hier waren 3 Torti-Karten, ne? Auf der Seite 1. Ich hab so gehofft, dass du mich hier, äh, äh, auf der Seite 1 lässt. Und auf Seite 3? Spieler 3? Ja, genau. Mhm, na klar. Hm. Das ist natürlich keine Torti-Karte. Warte, 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 warte. Lass mich doch mal einkaufen hier. Drei Positionen noch, Freunde. Jetzt muss es doch nochmal knallen. Wo knallt es mehr? Hier oder hier? Oder doch sogar hier? Ich geh mal hier rauf. Ich geh mal hier rauf. So, so und so. Ich hab eingegeben. Nice. Dann bleib diesmal auf der ersten Seite und nimm dort die 3. Ja, ha, 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 ha Okay, wir werden es ja gleich sehen. Okay, was bekomme ich? Boah, die drei, die war es, du bist der Beste. Du bist Realtalk der Beste, Digga. Komm, weil die drei bei mir so geil war, kriegst du von mir auch die drei. Jaaaa, ist gut. Ist der Zweitbeste. Ich habe extra nicht die Position vom Besten gesagt, weil ich mir unsicher war, ob ich die kriege. Aber so bin ich auch zufrieden. Sind wir beide zufrieden? Geben wir uns die Hand. Ist doch super. Der hat dich eben bei dir im Video schon genervt. So, das ist gut, dass er jetzt wieder hier auch dabei ist. Der hat mich eben schon genervt bei mir im Video. Wer ist das? Guter Mann, guter Mann. So, zack und ich gehe auf die Position. So, zack und ich gehe auf die Position. Zack, ich bin auf dem Transfer-Market. Ja, Mann. Ja, Mann. Nimm mal die 9. Die 9 ist gut, die 9 ist gut, die 9 ist sehr gut, die 9 ist gut. Du kriegst die 8. Nein, Bruder! Okay, nein, heute rasierst du mich komplett. Bruder, was ist das für eine Karte hier bei dem Team? Was ist los? Wieso? Ey, das macht gar keinen Sinn, Bruder, was ich heute für Karten bekomme, ne? Wie habe ich dich rasiert? Wir haben genau dasselbe Video gestern bei Wakes aufgenommen, ne? Bruder, ich weiß nicht mal, ob ich diese Karte finden soll. Ich weiß nicht, wie die mit Vornamen heißen. Ey, ich kack doch im Schweden. Wir haben genau dasselbe Video bei dir aufgenommen. Mein Team war 8 mal so gut, ne? Ich check nicht, wo ich heute so ... Ich krieg Spieler, wo ich denk, die sollten bei dieser Price-Match gar nicht kommen und so. Ich hab sehr gute Spieler, bin ich ehrlich. Vor allem mein Sturm sieht lecker schmecker aus. Bruder, wir Preisfixen, weil die Karte nur 2 mehr existiert. Ich zahl jetzt 140k für eine Karte, die Stats hat wie eine 10k-Karte, weil ... Ach, Bruder, das ist ... Ne, ich wollte so selbstfällig das Match am Ende gewinnen, würde ich ... Das ist schon so wie so ein Discard, den du schon mal reingedrückt hast, so von 100k oder so. Das ist schon mal ... Diese Karte, weil ich die jetzt für den Preis holen musste, war schon ein Discard. Ich bin wirklich sauer. Also, das gibt Rache von mir gleich im Game. Ey, 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 benimm dich. Ich kann doch nichts dafür. Beruhig dich. Ja doch, du machst doch frech, was ich für Spieler kriege, ey. Wie frech? Ich seh doch nicht, wen du bekommst. Es gibt doch nur eine Zahl zwischen 1 und 10. Das ist doch alles Glückssache. Ja, und? Okay, was kriege ich jetzt? Bist du schon drauf? Ja. Okay, warte, ich geh auch kurz rauf. Gib du mir als erstes, dann geb ich dir je nachdem was Gutes oder was Schlechtes. Nein, 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 ich hab eben, ich hab eben, glaube ich. Einer stinkt sauer, Freunde. Einer stinkt ich. Aber sowas, man stinkt ich da drüber auf der anderen Seite. Ähm ... Ja, komm. Damit du auch noch mal ein bisschen scrollen kannst und dir noch mal angucken kannst, was da so auf den Seiten so chillt. Geh mal auf Seite 4. Du kannst ja mal gucken, was so die beste Seite von 1 bis 4 war. Wow, wie gut war Seite 2 gerade? Okay, 3, 4, 4, 4. Ach, Bruder, Digga, ja. Na ja, geh mal weiter zu. Also Seite 2 wär gut gewesen, oder? Ja ... Dann kriegst du die 2. Wie, Seite 2? Ne, Seite 4 Spieler 2. Also, so nett bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, was ist das, Digga? Es macht gar keinen Bock. Was mit Dings? Wir sind erste Woche FIFA wieder. Was krieg ich für Spieler hier, Mann? Hast du mir einen falschen Filter eingestellt, Bro? Bei mir kommen eigentlich sogar nur die ganze gute Spieler. Ach komm, komm, sei einfach ruhig, Digga. Das ist wirklich ... Das ist ... Du wirst mit Lachflash kriegen, wenn man mein Team sieht und so. Okay, gib mir meinen letzten Spieler, Bro. Bitte noch mal einen guten. Vielleicht eine Icon oder so. Ist mir egal, wen du bekommst, Bro. Es ist die Icon. Danke. Es ist die Icon. Vielen, vielen Dank für die Blue. Vielen, vielen Dank für die Icon. Guck mal mein Team, Mann, Digga. Guck mal mein Team, Mann. Okay. Oh, wow. Was ist das? Ich verliere mein Starspieler diskaden muss? Ja, fast kein anderer juckt, ne? Alter, Starspieler. Wie fast kein anderer juckt? Digga. Die sind doch alles Amateurfußballer, Digga. Ich meine das ernst. Alles Amateurfußballer, Digga. Ich hab doch, Ari, ich hab doch Filter falsch eingehen, ne? Ich hab richtig eingehen. Ich glaub, du hast ehrlich 150 Coins eingegeben anstatt 150k. Ja, Max-Preis 150k, glaub ich. Was ist das für ein Team, Mann? Egal, komm, was du im Game sehen willst. Wir gucken uns die Teams an und dann, ja, hauptsache ich gewinnen, weil bei dir scheint ein paar Gute zu sein. Bei mir sind ein paar Gute drin, ja. Ich bin sehr geschmarr auf dein Team, aber ich sag, es ist 100% besser als mein. Warte auf mein Angriff. Ich sag dir so viel, warte auf mein Angriff. Tschech, Totti Icon ist doch gut. Nesta ist doch gut. R9 Totti Icon? Ja, Bruder, das war jetzt da, guck mal meine Flügel an, guck mal, Enzo an und sowas. Ich hab Mbappé, Pushkas und Eusebium-Storm von dir bekommen, danke. Ja, ich mauer und R9 regelt vorne und er kann schön diskaten. So, gucken wir, was geht. Ich mauer, sagt der, Digga. Hä, ich krieg ein Spiel angewählt, den wollte ich anwählen. Da kommt der Pass auch schon aufhören, ne? Nein, er kommt da nicht durch. Der Hacke jetzt bei mir und so, nehm gar nicht ernst. Oh, Marta, Marta. Immer wieder Marta. Was laberst du? Was laberst du? Was redest du, war das für ein geiler Schuss? Sag. Nee, das ist jetzt unfair. Du hast doch gesagt, vorhin meintest du noch, da steht safe ein schlechter Spieler. Ich find's hier gut. Ja, jetzt auf einmal, vorhin noch gehatet und jetzt auf einmal freust du dich. Hehehe. Bro, das war einfach Roberto Carlos Prime. Ja, weibliche Roberto Carlos. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Ey, ich muss hier irgendwie hinten rauskommen. Digga. Einer hat richtig Bock auf Eier zu geben da. Aber dafür gab's jetzt die Quittung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Enzo! Bro, der Typ kann nichts. Hast du Enzo sogar bekommen? Ja, sag ich doch. Aber da ist Enzo mit dem Pass. Aufendung! War das denn, der 140k gekostet hat? Nein, Enzo gibt nicht, das war Dings. Du hast nicht mal auf meine Verteidigung geguckt, da steht weibliche Inform 84, dir 140k gekostet. Spend, spend, spend. Spend, spend. Oder? Nein, Mbappé tut sich. Ich dachte, der kann das. Wichtig. Serpera, die spielt sich auch wie eine Goldkarte. Na, ich mein, das komplett ernst. Pfff. Der Spielmarker. Torwart. Ja! Digga, ein 9 ist einfach zu gut. Und bam! Der erste Karte. Man, du nutzt eiskalt deine Chancen. Kein Abseits. Der war krank. Der war ganz krank. Der geht noch weiter rein. Nein! Oh, ja! Mann! Digga, du kriegst immer noch ein Bein dazwischen. Nein, was? Guck mal, ich sag doch, du kriegst immer ein Bein dazwischen. Okay. Wie kann das sein, Mann? Ja! 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 Diese Barnes, Digga! Diese Barnes! Diese Barnes! Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Guck mal, hier. Da ist die Barnes jetzt mit Außenriss. Scheiße. Genau ein 9 haben. Keinen anderen will hier zum Ball haben. Ja, okay. Vielleicht doch. Ganz gut, Bitch. Pfff. Matto! Die ist echt gut. Die ist echt brutal. Ihr linker Fuß ist ja ein Zauberfuß. Was denn mit ihr los? Bro, zweimal so dicke Außenriss-Dinger. Wie schön. Ohne Type-Finish und der ist perfekt geflogen. Ey, und alles wird geblockt. Mach ihn! Und Tschech ist der Beste. Was ne Katze. Was ne Reaktion. Mach ihn. Oh, was? Abseits, abseits. Oh, Mbappé, du Juckel. Aber dein Keeper stammt da. Ey, trotzdem. Der war ja echt gut rausgespielt von dir. Oh, Mann. Der macht ja gar nichts aus Scam. Der waren nur Nachteile. Mbappé, ehrlich grad Quatsch. Wenn ich den am Ende noch diskarten muss, dann war das das quatschigste Video mit Mbappé aller Zeiten. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja! Ah, Kippe, ich hab's doch gesagt! Ah, Digga, jetzt ist Mbappé da. Man muss die nur beleidigen, dann wird der sauer. Dann kriegt der Bock aufs Spiel. Same. Ey, ich hab nicht fast gehabt da mit Keeper-Moving. Auf einmal Rote-Time-Finish, aber kriegt er noch abgebrochen und so. Digga, was war das denn? Finger gebrochen, auch dabei. Five, Schiri. Schiri. Warum ihn? Nein! Ja, nach hinten. Ja, ja, ja. Schiri. Kannst die Uhr nicht lesen, Junge. Ich wollte erst den einen anspielen und dann direkt auf Mbappé weiterleiten. Er spielt direkt auf Mbappé und deswegen spiele ich den wieder nach hinten. Puh. Puh. Dizzy. Zwei Discards immer wieder. So. Das Ding ist sortiert. Zwei Discards. Ich hab so drei richtig teure Spieler, glaub ich. Und so, der Rest ist alles so 200k. 300k wert. 100k wert. Ja. Boah. Also selbst 300k wären schon geil, aber das war tot hier Mbappé. Wer sind die anderen Teuren nochmal? Eusebio und Puschkas. Eusebio. Puschkas. Was ist der Wert? Ich hab ihn gekauft für 165k. Und dann hast du auch noch Guretzka getroffen für 226k. Also, wie viel sind das? 400k. Pfff. Aaaah. Letztens haben wir noch beide Mittelstürmer genommen. Jetzt nehm ich nur einen, dann nehm ich den falschen. Trotzdem 400k, Bro. Ich hatte auch Spieler wie Mukiele, der 90k wert ist. Aaaah. Ist okay. 400k. Geht klar. Kann ich mit arbeiten. Hauptsache gewonnen. Und ich sag ehrlich, hättest du bei mir diskredit, du hättest auch mit zwei Snipes Spieler im Wert von 20k treffen können. Das war ein Cheapteil, weißt du Digga dazu. Aber naja. Okay. Okay. 400k. Immerhin kein Mbappé. So muss man das sehen. Man muss alles positiv sehen im Leben. Er hat kein Mbappé getroffen, deswegen bin ich mit 400k zufrieden. Ich mach ne SPC fertig. So. Berka und Kuretzka sind in der SPC. Ich geb sie ab. Und die Männer sind weg. GG. Leute, wie gesagt, schreibt unbedingt in die Kommentare, was findet ihr geil an. Captain mit Price Range auswählen. So 2mio plus. Da kann alles kommen. Der Überbanger oder halt. Da ist halt auch viel Glück dabei. Oder fandet ihr es nicer, dass wir einfach selber einen rein tun konnten. Und ja. Auf jeden Fall die Likes knacken. 7000 Likes sind heftig. Price Ranges sind wild. Da kommen auch auf jeden Fall gute Spieler. Auch bei mir heute wieder ein bisschen Frank, weil wir uns noch mal machen. Hau rein Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.